Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Willisauer Sprüche Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird gerätscht und klatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Der Lennapfteil in Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier sehen Sie und hören Sie, unerhört Sie, witzig und geschämig, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durchgesammelt, dann gedichtet und Ferschen geschmiedet und grad jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüsst Sie, den Werner Bürkli. Wir wünschen viel Vergnügen mit weiteren Gruppen. Es geht weiter. Es geht jeden Moment weiter. Es kann nicht mehr lange gehen und es geht weiter. 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 Musik 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 Applaus 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 Die Reportage über Willisauer Sprüche hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden Ein herzliches Dankeschön Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn man sie nicht einhaltet, zeige ich euch die Gelbkarte. Wenn ihr zum Beispiel nicht gut klatzt, zeige ich sicher die Gelbkarte. Wenn einer etwas hineinpfeift, dann kommt ihr da. Faul! Ist jemand in Zürcher gelingen? So wird er sein. Also, wir machen eine kleine Probe, wie das mit dem Klatschen geht. Ich pfeife, ich klatsche. Wenn es gut ist, können wir anfangen zu singen, sonst gehen wir wieder. Es ist verschissen mit dem Sport. Es geht und füllt viel Geld. Die Richter, die haben das letzte Wort. Total korrupt ist die Welt. Der Schiri wird nicht mehr respektiert. Das ist eine schwarze Sau. Beim Tennis wird man manipuliert. Beim Tennis wird manipuliert. Betreuer mache ich's auch. Davon ist einer jetzt in Haft. Der Bär die Dossen macht. Er hat die Scheinz beim Winigau. Vier Löcher grösser gemacht. Der Blatt, der Söp, wie der hat's schwer. Wir haben ihn kontaktiert. Das ganze Nähe mit Zünftigkeit. So hat er ihn vor mir. Noch mehr macht Liggy nicht mehr drin. Da sei er nicht bereit. Er sieht ein neues Leben. Er sieht ein neues Leben. Das ist ja gut und recht. Doch nach der fünfte Kölnwurst wird's uns einfach schlecht. Kebabteur im Burger King kannst du alles haben bei uns. Süss und Sau, ein Engerling und Tösch, ein Haufen geschmeut. Kinesisch, Türkisch, Fisch vom Meer. Das scheisst bis langsam alle. Drum müssen wir jetzt bei Bienzalwärt. Ein grosses Gnadehaben. Korruption macht Angst und Bum. Sogar dein Sprüchen doch. Der Steffenbrunow will schon lang in unsere Gruppe kommen. Doch einer leiht seines Beto ein. Jetzt geht's vor Arbeitsgewicht. Wir werden noch die Chance sein, der Kerl hat viel Gewicht. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Der feine Herr, der Liebes hat Frau Metzler engagiert. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Jetzt hat sogar der Sonnenwirt sie gern auch engagiert. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Applaus Wir werden dich klar verlieren. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Doch wenn er in der Hand wird geben, da schläft er einfach nicht. Wir werden dich klar verlieren. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Aber wir werden dich klar verlieren und haben dich klar verlieren. Wir werden dich klar verlieren und sind total frustriert. Es boft, das war ich, ich weiß es nicht, als eine gute Karte, das nahm ich nämlich, der Vergehr, ein klei von Grieshofer. Zwei. Doch die gelage, liebe Frau, das geht jetzt schon klein, jeder weiß der letzte Gast, das Häckchen an der Bar, während dem zu Hause fast, verdorstet das Tromedar. Applaus Applaus Zwei. Da Flaschesett, kein Fass bleibt weit, er setzt, sie seht, vor Ruhe, die sie lebt. Frau Schwägler, mach ich nicht mehr mit, Sie haben jetzt langsam genug. Der Bau ich jetzt, das bring ich mir, das Museum noch ein bisschen aus. Sie war schon bei vielen Sammler, der Typ kommt einfach draus. Er ist beim FCL vorbei, könnte ich zwei Flaschen geben. Ich würde auch, wenn es müsste sein, den gesamten Vorstand nehmen. Das wär's denn g'se, mir nachitschloss. Sie schüren mir einfach zu sehen. Ein Haufen Menschen haben verdrusst, mit Freunden, Hass und mehr. Da gibt's noch die Bankermafia, die macht uns langsam auf. Du schenkst Ende ja dein Konto an, hast nur noch die Hälfte drauf. Doch wir verlieren nicht den Mut, es ist besser, wenn man lacht. Probier ich's auch, es tut so gut. Schauen wir zusammen und gute Nacht. Das war's, was wir tun. Was ist so gut? Du bist so gut. Das war's. Die Reportagen über Willisauer Sprüchli oben konnten nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020